Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn diesem Video euch gefällt, abonniert mir den Kanal, dann verpasst euch, dann verpasst noch nie meine YouTube-Videos. Folgt mich gerne auf Instagram, da heißt ich bewohner 1708, kommt immer neue Bilder und Story. Und ja, was gibt es euch zu Fragen stellen, ja, zu Fragen stellen. Ja, sag mal, wie geht es euch mal, also, ja. Ja, mir geht es sehr gut, aber, ja, wegen dieser Situation, einfach nur, einfach nur schwierig. Einfach nur schwierig. Einfach nur schwierig. Ich wünsche euch aber, ich wünsche euch aber trotzdem einen schönen Abend und einen restlichen schönen Dienstag. Corona, es nervt mich, diese Situation, es nervt mich einfach, es nervt mich. Wir können nichts machen, es hat die Regelung, Restaurant zu und die Läden sind offen, also, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn einfach. Es macht einfach keinen Sinn. Wirklich. Aber trotzdem, dass ihr Video reingeschaltet habt, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Aber lassen wir. Peace.